Eine Weihe ist eine religiöse Zeremonie, die sich auf Menschen oder Dinge beziehen kann. Geweiht wurden in den alten Religionen und Naturkulten Menschen mit einer besonderen religiösen Berufung. Die katholische, die orthodoxe und die anglikanische Kirche kennen das Sakrament der Weihe. Die Christengemeinschaft das Sakrament der Priesterweihe. Die lateinische Sprache unterscheidet zwischen Ordination, Conskratio und Benediktio. Die Wiedergabe dieser Begriffe im Deutschen durch Weihe oder Segnung ist in kirchlichen Texten und im Sprachgebrauch zum Teil uneinheitlich. Gemeinsam ist dem Begriffen, dass durch zeichenhafte Handlungen und meist das Sprechen eines Weihegebetes eine Gnade vermittelt wird. Weihe bedeutet, dass der oder das Geweihte künftig und auf Dauer nicht mehr für den normalen, profanen Gebrauch bestimmt ist, sondern für einen anderen, religiösen und symbolisch Zeichenhaften. Jemand oder etwas wird dem weltlichen Gebrauch entzogen und in den alleinigen Dienst Gottes gestellt. Aber auch alltägliche Segnungen wie etwa das Besprengen mit Weihwasser sollen bewirken, dass das Leben dieses Menschen bzw. der normale, profane Gebrauch des Gegenstands unter dem Segen Gottes steht. Ordination ist die Weihe und dauerhafte Beauftragung zum Dienst als Bischof, Priester oder Diakon und nach Lehre der Kirche ein Sakrament. Die Jungfrauenweihe, die eine Konsekration darstellt, und die Benediktion eines Abtes bzw. einer Äbtissin sind Sakramentalien, ihre Spendung ist allerdings dem Bischof oder einem anderen Abt vorbehalten. Orte oder Dinge können gesegnet werden, etwa bei der Weihe von Kirchen, Altären, Fahnen, Glocken- und Kerzenweihe, Haussegnung, Segnung von Mahlzeiten und der Tiersegnung. Auch bestimmte Zeiten und bestimmte Orte werden als Geweiht bezeichnet. Umgangssprachlich hat sich Einweihung auch für mehr oder weniger feierliches Ingebrauch nehmen von Orten, Gebäuden, Einrichtungen und ähnlichem eingebürgert, auch wenn dabei oft keine religiösen Riten mehr vollzogen werden. Siehe auch Patrozinium Inauguration Heiligung Salbung